Das waren dann wohl... Oh, Mist. Zwei Bäume. Okay, das war schon mal einer weniger. So, dann nehme ich dich erstmal raus und gehe ein Stückchen weiter. Guck dir das an, was hier ein Batzen jetzt an Material ist. Und keine Bäume mehr. Uh, na, komm schon. So, und wieder ein Äppelchen. Oh Gott. Das glaubst du nicht. Was für ein Kram, ja. Hey. Hey. Na also. So, ähm. Okay. Ich mag diese großen Bäume nicht. Wenn die mal autogecraftet oder geharvestet werden, jo, dann ist mir das egal. Dann können die so groß sein, wie sie nur wollen. Interessiert mich nicht. Aber im Moment ist das echt nervig, weil sie einfach viel zu... Ach so, das ist das und Ding. Viel zu groß sind und einfach nur unfassbar viel Mühe kosten, sie wegzumachen. So. Okay. Wunderbar. Oh. Okay. So. Material bis zum Abwinken. Wow. Den Baum lasse ich mal stehen, weil ich finde den lustig. Was ist denn das eigentlich? Ist das einer? Ah, ist ein Spruce Wood. Ah, okay. Den habe ich auch mal gepflanzt. Genau. Genau. So, F7 schalte ich mal wieder aus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So. Haus? Nö. Jetzt noch nicht. Sondern haben wir ja gesagt, ähm... Wow, habe ich viel Holz. Äh... Ich brauche noch mehr Kisten. Auf jeden Fall. Und dann war das jetzt... Nee, ich glaube, das war es. Ups. Lass den mal da. Lass den mal da. Und ich glaube, das war... Natürlich nicht so. Ähm, war es jetzt so? What? Moment. Ein Traw. Ach so. Gott. Ähm, wie viel nehme ich? Also. Kobbel. Erde. Ähm... Was ist denn noch? Kobbel, Erde. Ähm... Foot. Hm. Saplings. Also zumindest für diese. Okay. Gut. Das ist das. Hm, 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 hm. Selbstverständlich. Und wann? Keine Ahnung. Was denn noch? So. Dann nehmen wir... Die sind auch nicht so schlecht. Aber für später. Die möchte ich eigentlich haben. Und zwar... Da möchte ich... Oh Gott. Erzthöfte. Ich habe keine... Das ist unglaublich. Das ist unfassbar, was für eine Unmenge an Krempel hier drauf geht. So. Äh... Das. So. Davon hätte ich gerne nochmal acht. Okay. Ah, Moment. Ich werde mal gerade mein Ding reparieren. Ich glaube, das geht auch genau. Es geht auch hier drin. Wunderbar. So. Dann hätte ich noch gerne... Updates. Ne, noch nicht. Machen wir später. Wie teuer sind die eigentlich? Ah, das geht. Das geht. Das normale Template ist... Okay. Das... Geht. Das ist aber ein Zweier. Uh. Oh, ne. Es geht auch ein Einzelner. Okay. Oh mein Gott. Wow. Okay. Ähm. Hm. Die Dinger... Ha, ha, ha. Was ist das? What? Was ist denn ein Framing-Table? What? What? What is... What? 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 What is ein Framing? Ach, nee. Ach, nee. Oh, coole Sache. Oh, no. Oh, coole Sache. Natürlich. Ach, ich bin so blöd. Ähm. Die Dinger, die sind der Hammer. Und ein Framing-Table. Ein Table? Ich kenne ein Table nicht. Ich weiß gar nicht, was ein Table in dem Falle ist. Diese Frame-Draws, das sind tatsächlich wie Carpenters-Blocks. So muss man sich das vorstellen. Ähm. Und die kann man belegen mit jedem Material. Also ich kann dann zum Beispiel ein, ein, ein Draw aus, aus Nesseract machen. Oder aus, aus, äh, Ziegeln oder sonst was. Also nicht nur diese Farben, sondern tatsächlich eigene. Das ist eine coole Sache. Ähm. Draw-Key ist klar. Kennen wir. Packing-Tape. Seed-Straws. Ah, okay. Interessant. Oh, nee. Ähm. Hatte Mini-Upgrade. Nee, 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 nee. Aber was ist ein Framing-Table? Ha, das, äh, verstehe ich gerade nicht. Was ist ein Framing-Table? Ähm. Keine Ahnung. Interessant. Interessant, interessant. Ehrlich, interessant. Interessant. Okay. Ich habe jetzt 16 und Dings. Was ich gerne hätte, ist, äh, ähm, das hier. Das ist aber noch, oh, wow. Ja. Da, ha, 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 warum wir Strom brauchen, ne? Darum. Ja. Weil wir genau dieses Zeug brauchen. Genau dieses Zeug. Und das braucht Strom. Und zwar nicht von schlechten Eltern. Alter Schwede. Okay, was, äh, ja. So, das, das ist dann das. Okay, pass auf. Ähm. Jetzt muss ich überlegen. Wenn ich, äh, Ich will ja eigentlich hier auch noch sowas ziehen. Und dann wird das schon ziemlich breit. Ha. Doch, ich will das eigentlich. Das ist kobbel, äh, geschüsselt. Und dann, äh, wird das Ding, ähm, ähm, rot. Ja. Da steht zwar jetzt extra Utilities drunter, ist aber tatsächlich, äh, Schüssel. Also zumindest war's das. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht geändert haben. Das wär der Hammer. Ähm, kann ich nicht schlafen. Ach so, geht, geht noch, noch, noch nicht. Okay, komm. Sonne, untergehen. Verschwinde. Da, die Sterne kommen schon. Och, komm doch. Die Sterne sind doch schon da. Da hinten ist doch schon da, also. Bitte schön. Man fällt ja immer ins Bodenlose. Naja, ein Schlafsack ist ja auch niedrig, ne? So, also. Wenn ich das hier in Rot haben will, dann, dann muss ich folglich das hier auch irgendwie anders machen. So. Und dann würde ich folgendes vorschlagen. Ich setze. Puh. Ich setze. Boah, jetzt hätte ich doch gerne die Framed-Dinger gemacht. Naja, ist egal. Kann ich irgendwann mal machen. Ähm. Das ist das und das ist das. Das. Ich setze erst mal. Du musst übrigens weg. So leid es mir tut, du musst weg. Das ist übrigens ein Furnace, der gar nicht so teuer ist. Hier. Ähm. Das Rezept dafür ist folgendes. Einfach Nether-Rack. Päh, 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 päh. Und dann haben wir ein Nether-Furnace. Ist, äh, billiger als, äh, der ganze andere Gram da, weil, äh, das ist ja furchtbar gewesen. Aber ist wie der, wie der normale Furnace auch, ähm, eigentlich zunächst so gebraucht. Sieht, sieht halt nur gut aus, weil es ist rot. Ja. Ist rot. So. Nee. Oh. Puh. Wow. Ähm. Das mit der Wall, wollte ich das nicht hier irgendwie? Nee, mach ich hier nicht, weil ich das... Oh. Gott. Okay. Also. Draw. Ich möchte gerne... Materialien, sowas wie Eisen und, 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 und Stahl und haste nicht gesehen. Das möchte ich eigentlich gerne, ähm, hier verbraten. So. Und dann setze ich das mal so hin. So, jetzt habe ich bestimmt... Nee, habe ich noch nicht. Da ist noch genug. So. Hier könnte man ein Dings, ein, 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 ähm... Ein automatisches System reinsetzen, ähm, zum Befüllen. Das wäre nicht schlecht. Das ist aber noch zu teuer. Das geht jetzt noch nicht. Und dann habe ich immer noch acht. Und die anderen Dinger hier. Die da. Die setze ich... Oh Gott. Wo setze ich die jetzt hin? Ähm. Ähm, das ist mehr so hier für den Kram. Genau. Mehr so für das. Da soll das rein. Ein Haus. Ein... Yo. Wo setze ich den Krempel hin? Hier würde ich gerne auch noch was hin... Oh Gott. Ich muss das alles dann umbauen, wandeln. Da könnte ich so Sachen wie Obst und so reinsetzen. Ich weiß gar nicht, ob man das dann irgendwann eigentlich... So. Jetzt habe ich das Problem. Also, warum lasse ich hier offen? Ganz einfach, weil ich hier, wie gesagt, ein, äh, Draw-System hinsetzen möchte, wo ich dann, äh, äh, andere Sachen drauf. So, pass auf. Das setze ich, äh, hier hin. So, dann... Genau. Und da oben drauf, da setze ich, äh, die... Die, äh, wie heißen sie? Diese automatischen Befüller. Mein Gott. Ja, die setze ich oben drauf. Da oben drauf. Weil, wenn ich drunter stehe, kann ich dann einfach... Top, 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 top. Ne? Und dann geht das. So. Okay, dann habe ich noch zwei und den. Was habe ich gesagt? Erde- und, äh, Baumkram. Also, sowas hier zum Beispiel. Das kann ich da rein. Und, äh, sowas kann ich hier. Und dann ist das alles weg. Genau. Prima. So. Obst. Äh. Haben wir es direkt da rein. Peng. Ist es erledigt. Ist es weg. Na, wunderbar. Ja. Super. Toll finde ich an diesen Drawern. Man sieht immer, was drin ist. Und oben. Gut, das ist jetzt von der Auflösung her ein bisschen schlecht. Ähm. Wahrscheinlich für den einen oder anderen. Aber man sieht auch, was drin ist. Also, jetzt Apples. Wie gesagt, sieht man ja. Aber es sind neun Stück drin. So. Hätte ich die jetzt... Oh Gott, hätte ich die geframed? Dann... Verdammt. Verdammt. Warum habe ich das nicht gemacht? Ach, verdammt. Ich hätte die framen sollen. Mann. Okay. Ähm. Ja. Gut. Dann lassen wir das so. Dann habe ich immer noch zwei und vier. Heieiei. Die könnte ich noch setzen. Zum Beispiel da. So. Dann habe ich das da. Der wird irgendwann dann sowieso verschwinden. Die Dinger werden dann mehr oder weniger irgendwann sowieso auch verschwinden. Weil ich die Felder ja woanders hinsetzen werde. Und dann ziehen die Dinger dann quasi mit um. Aber jetzt bleiben sie erstmal hier. Weil die sind so für hier eigentlich ganz gut. Jetzt. Was mache ich jetzt mit den anderen? Was habe ich gesagt? Kobbel und Erde. Kobbel und Erde. Wobei. Das ist recht wenig. Kobbel und Erde. Da. Ha. Das ist recht wenig. Muss ich mir mal was überlegen. Okay. Also ich weiß es immer noch nicht. Aber. Ha. Ha. Ich muss die irgendwo zentral setzen. Weil die Dinger. Äh. Füllen sich ja. Mehr oder weniger auch zentral. Wobei. Ich kann die jetzt wirklich irgendwo hinsetzen. Erstmal. Puh. Das ist jetzt noch gar nicht so. Ich setze sie mal hier. Nein. Oh Gott. Das ist das falsche gewesen. Kann ich das? Ja. Kann ich. Ist ja ein Mad Dog. Genau. So. Dann setze ich die jetzt in den Gif einfach da ein. Peng. Und. Ähm. Ne. Nicht Stein. Sondern. Ähm. Also hier. Sowas. Wie viel gehen da rein? 32. Okay. Äh. Ich dachte man könnte die auch anders. Aber naja. Scheint geht das nicht. Gut. Dann hab ich Pech gehabt. Das ist schon voll, ha? What? What? Au. Ich glaube ich bin voll. Ich glaube. Das. Was? War's das schon? Bin ich schon? Oh nein. Doch. Jetzt bin ich voll. 2048. Upsi. Oh mein Goodness. Ich muss da eine Erweiterung draufsetzen. Hm. Ich dachte ich hätte ja nochmal. Gott. Ich muss diese. Wow. Weil man sieht das ja. Guck mal wie viel Zeug da drin ist. Alter Schwede. Da ist da viel Zeug drin. Okay. Ich mach mir mal eine Erweiterung. Was kostet mich eine Erweiterung? Äh. Erstmal ein Upgrade. Das ist relativ wenig. Ach. Dafür kann ich die Dinger geboren. Und Stickys. Okay. Stickys. Äh. Naja. Stickys. Puh. 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 Da ist nicht viel Stickys. Ähm. Naja. Ich brauch davon. Einige. Hm. Dann. Auf was gehen wir denn? Das ist. Äh. Was ist das? Zwei. Drei. Was ist? Gold. 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 Hab ich nicht. Moment. Hab ich Gold? Gold. Ähm. Nein. Ich hab Aluminium. Aber ich habe. Oh. Iron. Iron. Gibt's noch andere? Lass mich mal gerade gucken. Ähm. Nein. Hm. Hm. Das ist deine Emerald. Diamond. Obsidian. Okay. Obsidian. Gold. Und das. How? Tja. Uranium. Ja du. Iron. Ich hab echt zu wenig Iron. Stahlblock. Aluminiumblock. Wow. Ähm. Iron. Hab ich. Oh. Iron. Iron. Haha. Ich hab Iron. Apropos. Iron. Ja wir müssen um. Doch Gott nicht schon wieder. Unbedingt ins. In eine Höhle. Weil. Kein Material. Ich bin. Blank. Wie man so schön sagt. Ich bin absolut blank. Okay. Das Zeug hier geht weg. Kapatapa. Jo. Das gibt noch ein bisschen. Oh. Puh. Puh. Ja. Dann machen wir die mal dorthin. So. Jetzt mach ich hier nämlich mein Island. Zack. 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 Dann ist das nämlich auch durch. Und dann hab ich hier auch sowas wie Stahl. Und noch so ein paar andere Sachen. Manche kann man ja nicht in dem Dings melden. Das ist schade. Was hab ich hier. Das ist Island. Das ist Stahl mach ich mal da unten. Weil das ist etwas anderes. Dann haben wir. Sie wird. Sie wird. Nee. Nee. Die brauche ich nicht. Dark Steel. Und. Äh. Gelorium kann man zum Beispiel da einsetzen. So. Und dann nochmal wieder. Haier. Fallen. Wieder in den Boden. Wie immer. Ja. Das ist das vierte.